Sportwetten bei Ergebniskombi-Wetten, so kommen die Millionen zusammen, Autor D. Seltsamek kennt sie, YouTube, die Corona-Krise scheint im Fußball vorbei und am Weekend, dem 16. Mai 2020, spielt ja wieder die Bundesliga und ich werde hier rechtzeitig noch eine Prognose für das Bundesligaspiel Union Berlin-Fs Bayern München als Ergebniswette zusammen mit zwei weiteren Teams kostenlos hereinstellen. Sie sollten trotz der höheren Einsätze, Klammer auf 5x5x5 gleich 125 Einsätze, Klammer zu, die Wette mal wagen, ich bin sicher, sie gewinnt. Sehen Sie, ich habe schon einmal eine kostenlose von mir prognostizierte Ergebniswette über drei Teams für Freitag, dem 6.3.2020 hier eingestellt, nämlich die Matches Nürnberg vs. Hannover 0 zu 3, Duisburg vs. Magdeburg 1 zu 0, Paderborn vs. Köln 1 zu 2, Notenheim vs. Milwall 0 zu 3 eingestellt. Und der Einsatz war ebenfalls 5x5x5 gleich 125 Einsätze, aber der Gewinn war dann genau 94.500 Euro. Ich sage hier noch einmal, was ich immer schon predige, Kombi-Wetten müssen mit mehreren Alternativen gemacht werden und hier habe ich pro Match 5 verschiedene Alternativen in die Kombi-Wette eingepackt. Und der Nettogewinn war eben 94.500 Euro, und so dürfte es diesmal auch wieder werden. Sie wissen, wie sich meine Wettvorschläge mit der künstlichen Intelligenz, dafür habe ich mir eine separate KI-Software geschrieben berechnen lassen. Natürlich ist da auch eine umfangreiche Datenbank komplette der bisherigen Spiele, ich habe sie seit dem Jahre 1992 erforderlich, auf die eben die KI-Software zurückgreifen muss. So kommen ja auch die ständigen 10er Kombi-Sportwetten-Gewinne zusammen, mit denen es zum Beispiel im letzten Monat April 2020 zu fast einer halben Million Euro Gewinn gekommen ist. Ich sage auch nochmals, die KI-Software rechnet alles, Klammer auf, kann man natürlich auch mit Bleistift und Papier machen, Klammer zu, nach der Methode der Verskränkung und Quantenmechanik aus in Verbindung mit der WD-Gan-Technik. Gunn hat das nach seiner selbst entwickelten Methode bis zu seinem Tode 1955 an der Börse mit Aktienbewegungen so gemacht und damals fast 70 Millionen Dollar innerhalb kurzer Zeit an der New Yorker Börse verdient. Auch hier habe ich mehrfach dazu geraten, jetzt, wo Sie zu Hause sitzen müssen wegen der Corona-Krise, sollten Sie sich mit der Anlegung deutlich umfangreicher Datenbanken und der Technik der Quantenmechanik und Verskränkung befassen. Damit können Sie nämlich richtig Geld verdienen und nicht damit, wenn Sie zu Hause im Homeoffice machen müssen. Denken Sie daran, das Geld liegt auf der Straße, man muss sich nur bücken und es aufzuheben. Freitag 6.03.2020 Nürnberg-Hannover 1 zu 0, 2 zu 1, 3 zu 2, 0 zu 1, 0 zu 3, 0 zu 3, 40 Euro, 40 Euro, Duisburg-Magdeburg 2 zu 0, 2 zu 1, 3 zu 1, 1 zu 0, 1 zu 0, 6 Euro, 75 Euro, 270 Euro, 0 zu 2, 1 zu 2, Paderborn-Köln 0 zu 2, 1 zu 2, 1 zu 2, 1 zu 2, 8 Euro, 75 Euro, 2362 Euro, 50 Euro, 1 zu 1, 1 zu 0, Nottingham-Milchwall 2 zu 3, 2 zu 2, 0 zu 3, 0 zu 3, 40 Euro, 94.500 Euro, 2 zu 1, 2 zu 0. 2.0.